Die Serie Avatar Herr der Elemente oder wie sie im Englischen genannt wird Avatar The Last Airbender wurde im Jahr 2005 das erste Mal auf Nickelodeon ausgestrahlt und konnte sich direkt mit Erfolg durchsetzen. Die Serie hat 61 Folgen in drei Staffeln und sie hat einen japanischen Anime-haften Stil, welcher sehr einzigartig ist und allein das Intro ist sehr einprägend. Doch dieser Idiot da ist der einzige, der die Serie bis heute noch nie wirklich angeschaut hat. Schäm dich! Das möchte er in diesem Video nachholen. Er möchte jede Staffel anschauen und dann seine Meinung dazu abgeben. Außerdem werde ich, der wunderschöne Moderator, nochmal jede Staffel kurz zusammenfassen, falls es bei euch auch schon länger her ist mit Avatar. Und jetzt wünschen wir euch sehr viel Spaß mit dieser kleinen Mini-Dokumentation-Video-Zusammenfassung. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das hier sind Katara und Sokka, zwei junge Krieger aus dem sogenannten südlichen Wasserstamm. Auf ihrer Expedition durch das Eis entdeckten sie einen komischen Jungen, welcher in einen riesigen Iceberg eingefroren war. Der Junge erwachte zum Leben und wie sie wenig später herausfanden, war er der Avatar. Aber seine Freunde nennen ihn Jeff. Außerdem kam heraus, dass der Avatar für über 100 Jahre in diesem riesigen Iceberg gefangen war und währenddessen hat die Feuernation einen Krieg über alle vier Elemente gestartet. Nun liegt es an Ahn, alle vier Elemente zu lernen und sich dem Feuerlord Ozai zu stellen. Das erste Ziel ist der nördliche Wasserstamm, damit Ahn das Wasserbändigen meistern kann. Auf ihrer Reise zum Nordstamm entdeckten sie viele interessante Gestalten, wie zum Beispiel den Erdkönig Bumi, welcher ganze 112 Jahre alt war und Ahn trotzdem noch erkannte. Außerdem stießen sie auf eine Art extremistischer Jugendlicher mit dem Anführer Jet, welcher sehr radikale Maßnahmen gegen die Feuernation erhoben hat. So ließ er ein ganzes Dorf mit Wasser überschwemmen, nur weil dort ein Paar der Feuernation waren, doch Sokka konnte rechtzeitig alle in Sicherheit bringen. Außerdem gibt es noch Zuko und Meister Iroh, welche beide das Ziel haben, den Avatar zu fangen, damit Zuko seine Ehre beim Feuerlord wiederherstellen kann, die er zuvor verloren hatte. Jedoch wirkt Meister Iroh relativ ausgeglichen, was diese Mission angeht. Jedenfalls gab es am Ende der Staffel einen Angriff der Feuernation auf den Wasserstamm, den Ahn zum Glück im Avatar-Zustand gebunden mit dem Mondgeist verhindern konnte. Oh, und Zukos Schwester wurde am Ende noch gezeigt. Ich habe mir jetzt die erste Staffel angeschaut, also dieses Wassersegment mit den ersten 20 Folgen und ich muss sagen, ich habe jede Folge davon geliebt. Die Hauptcharaktere sind ultra sympathisch. Ich finde Ahn richtig cool mit seinen krassen Fähigkeiten, so dass er nicht erstmal alles lernen musste, sondern dass er schon mal so einen gewissen Grund-Skill hatte. Also er war nicht komplett hilflos am Anfang. Katara natürlich auch richtig strong, also richtig gute Fähigkeiten, das haben wir vor allem in den letzten 3-4 Folgen gesehen. Sokka, also ihr Bruder, den finde ich in manchen Folgen nervig, in manchen gut, aber insgesamt habe ich schon einen positiven Eindruck von ihm. Ich fand zum Beispiel diesen Bumi, also Aangs alter Freund, den er da in diesem Erd-Tempel getroffen hat, auch richtig cool. Aang war ja praktisch 100 Jahre eingefroren, dann hat ja der Krieg gestartet und so und er hat ja von allem nichts mitbekommen. Er ist ja dann nach 100 Jahren wieder aufgetaut und als er dann seinen alten Freund gesehen hat, hat er ihn ja gar nicht erkannt, weil das war ja inzwischen ein alter Mann. Und er hat ihm ja so ein paar Prüfungen gestellt und sowas und durch die Prüfungen hat Aang dann wieder herausgefunden, dass es eigentlich sein alter Freund war. Das ist so krass geschrieben und das war so ein heftiger Plot-Twist, also ich hätte wirklich mit allem gerechnet in der Folge, aber nicht damit so. Über die Jugendlichen habe ich ja gerade geredet, also die haben ja eigentlich nichts Böses im Schilde geführt, außer dieser Jet, aber die anderen haben ihm ja praktisch so gefolgt und sowas, weil sie haben gedacht, er ist so ein krasses Mastermind und alles was er macht ist richtig und so. Aber ich hoffe, dass Jet auf jeden Fall sich nochmal zu einem besseren wandelt und dass der auch am Ende nochmal nützlich sein wird. Was ich ein bisschen unnötig in einer Folge fand, das war die mit der Wahrsagerei, das war dieses Shipping von Katara und Aang. Und wo es darum geht, dass Katara später einen starken Bändiger heiraten wird und Aang hofft halt, dass er das ist. Und es wäre auch ein bisschen zu vorhersehbar, dass die jetzt auf einmal zusammenkommen und sowas, also das würde ich mir jetzt eher weniger wünschen. Wichtiger Charakter, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, das war Zuko, also der, wo ja Aang jagen will vom Feuerstamm. Über ihn habe ich so gemischte Gedanken, weil auf der einen Seite denke ich mir, der Typ tut mir eigentlich richtig leid so, weil er hatte halt nicht diese krass angeborenen Talente wie seine Schwester. Ich weiß nicht, ob der Name schon genannt wurde, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, aber ich glaube noch nicht. Aber es war ja so, dass die Schwester irgendwie schon voll mit krassen Skills und sowas geboren wurde und eine richtig starke Feuerbändigerin sein soll. Ähm, Zuko, der hatte halt nicht die krassen Fähigkeiten, als er geboren wurde, er musste sich halt erstmal so alles antrainieren und sowas. Also Zuko, das ist wirklich ein armes Würstchen so. Es gab ja auch die Folge, als der Erdbändigerstamm von dem Feuerregime gefangen genommen wurde und sie haben ja praktisch schon ihren kompletten Kampfgeist und sowas verloren. Und sie wollten nur noch schauen, dass sie überleben, aber Katara hat ihnen ja wieder diese Motivation zurückgegeben, dass sie wieder kämpfen wollen. Also, dass man sich praktisch als eine Gruppe zusammentut, um sich gegen unfaire Mittel zu wehren. Das fand ich richtig stark. Ich bin positiv überrascht von der ganzen ersten Staffel. Mit hat Sokka schon leid, als seine große Liebe da einfach verpufft ist. Stellt euch vor, ihr habt eine Person, die ihr über alles liebt und auf einmal... Wir sehen uns gleich wieder zur Review der zweiten Staffel. Ich wünsche euch viel Spaß. Nachdem Arng im ersten Buch einigermaßen gelernt hatte, wie er das Wasser kontrollieren kann, möchte er sich nun auf die Erde konzentrieren. Und dazu musste er zuerst einen geeigneten Lehrer finden. Während eines Untergrundkampfes entdeckte Arng einen sehr würdigen Anwärter für diese Position. Und zwar die zwölfjährige Prinzessin Toph. Sie ist zwar blind, doch kann durch ihre Füße und die Vibration des Bodens alles sehen, hat einen gelassenen Charakter und ist eine bombastische Erdbändigerin. Sie schloss sich ihrer Truppe an und die vier wollten nach Basing Sail fliegen, da sie dort wahrscheinlich am sichersten waren. Sie konnten einen Bohrerangriff, angeführt von Azula, der Schwester von Zuko, auf das Königreich verhindern. Und sie konnten sogar mit dem Erdkönig sprechen. Sie überzeugten ihn davon, die Feuernation während einer Sonnenfinsternis anzugreifen. Von der Sonnenfinsternis haben sie in einer unterirdischen Bibliothek erfahren. Der Erdkönig war einverstanden und sie haben sich darauf geeinigt, einen Putsch gegen die Feuernation während der Sonnenfinsternis zu starten. Jedoch wurde Basing Sail kurzerhand unter Führung von Azula besetzt und somit mussten Aang und seine Freunde wieder einmal fliehen. Übrigens kam auch Jet wieder vor, den wir schon aus der ersten Staffel kannten, doch dieser ist in dieser Staffel gestorben. Außerdem hat sich Zuko gegen Ende der Staffel dazu entschieden, Aang zu helfen, bevor er ihn doch wieder verraten hat und auf die Seite von Azula gegangen ist. Auch seinen Onkel hat Zuko mit dieser Aktion verraten. Azula hätte es beinahe geschafft, Aang mit einem Blitz endgültig zu töten, da dieser im Avatar-Zustand war und somit eine Reinkarnation ausgeschlossen ist. Doch Katara schaffte es, Aangs Leben mit dem Heilwasser, das sie zu Beginn der Staffel bekommen hatte, zu retten. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir schon die zweite Staffel reingezogen, ich glaube in drei Tagen oder so, weil ich einfach so durchgesuchtet habe. Und mein erster Eindruck, den ich jetzt von der zweiten Staffel hatte, also es ist gemischt. Das Storywriting fand ich in dieser Staffel deutlich besser als in der ersten. Was ich damit meine, die zweite Staffel hatte zum Beispiel diese Folge, in der wir erfahren haben, was Apa gemacht hat, nachdem er entführt wurde und was er so für eine Reise hinter sich hatte. Mit diesen Erdkriegerinnen und sowas und wie diese dann auf Azula und so getroffen sind. Also, es ist wirklich sehr komplex, aber sehr genial gemacht. Oder auch eine experimentelle Folge, da wurden ja, glaube ich, so fünf einzelne Geschichten erzählt und sowas, von den ganzen Charakteren. Und da war auch wieder Meister Eros Geschichte eigentlich am schönsten und auch am traurigsten. Denn wir haben ja erfahren, dass sein Sohn während dem Krieg gefallen ist. Und ich denke, das war so ein Punkt in Meister Eros Leben, den ihn als Mensch auf jeden Fall verändert hat. Und ich denke, es ist ein großer Grund dafür, warum Meister Ero der Feuernation nicht mehr dienen wird. Aber die Spannung, die fand ich irgendwie im ersten noch krasser als im zweiten jetzt. Also vor allem das Finale, das fand ich in der ersten Staffel irgendwie viel besser gemacht. Aber das war auch ein bisschen offener diesmal. Also ich bin gespannt, wie sie jetzt in der dritten Staffel anfangen werden. Eine Sache, die ich direkt schon zum Anfang gemerkt habe, ist, dass Azula wahrscheinlich der gestörteste Charakter im ganzen Avatar-Universum ist. Ich meine, was ist das für eine Person? Sie hat einer ihrer wenigen Freundinnen ihren Lebenstraum auf den Zirkus einfach mal komplett zerstört, indem sie dieses Feuer eingesetzt hat, damit sie nicht mehr getraut hat, ihre Stunts zu machen und sowas. Einfach nur, um sie für ihr Team zu rekrutieren. Außerdem hat Azula ihrem Onkel und auch dem Sohn des Onkels mehr oder weniger den Tod gewünschen, damit ihr Vater selber der Feuerlord wird. Das sind so kranke Denkstrukturen, die diese Person hat und ich weiß gar nicht, was mit der schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das in der dritten Staffel noch erklärt wird, aber ich glaube, Azula ist einfach bösartig auf die Welt gekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie die so sein kann. Zuko hat mich am Ende der zweiten Staffel mal komplett enttäuscht. Also die ganze Staffel über waren eigentlich Meister Iroh und Zuko so meine absoluten Favoriten. Generell finde ich, dass Meister Iroh für mich persönlich auch der sympathischste Charakter der Show ist. Also ich habe am Ende der Staffel wirklich gedacht, dass Zuko sich verändert hat, dass er nicht mehr den Avatar jagen will und dass er sich endgültig gegen die Feuernation wenden wird. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es sein Stolz oder sonst irgendwas ist, aber er hat sich am Ende wieder auf die Seite von Azula gestellt aus irgendeinem Grund. Also ich hätte es als Writer am Ende der zweiten Staffel wahrscheinlich so gemacht, dass Zuko erstmal so tun würde, als würde er wieder auf Azulas Seite und damit auf die Seite der Feuernation gehen und dann mittendrin sollte er sich einfach wieder gegen sie stellen. Das wäre so ein kranker Twist gewesen und ich denke, das hätten auch viele gar nicht vorhersehen können. Also endgültiges Fazit. Vom Storywriting her fand ich diese Staffel besser als die erste. Aber ich fand, von der Spannung her hat die erste nochmal viel mehr rausgeholt irgendwie. Und deswegen bin ich gespannt, ob die dritte nochmal die erste von der Spannung her überbieten kann und trotzdem dieses geniale Storywriting aus der zweiten Staffel beibehalten wird. Und ich bin gespannt, wie die letzten 23, 21 Folgen von Avatar Herr der Elemente werden. Arng erwachte nach einem Wochenlang Koma wieder zum Leben und er, Katara, Sokka und Toph mussten sich nun als Mitglieder der Feuernation tarnen, um nicht aufzufallen. Sie mussten sich nun auf die Sonnenfinsternis und auf den letzten Angriff gegen die Feuernation vorbereiten. Katara lernte das Blutbändigen, was sie zu diesem Zeitpunkt zwar schwer verstört hat, aber das sie später aus Wut eingesetzt hat. Als es dann zu dem Putsch gegen die Feuernation kam, sah es eigentlich für die ganzen Angreifenden gut aus, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten. Aber es gelang Arng nicht, den Feuerlord zu finden. Er hatte sich versteckt. Die ganzen Angreifer wurden von der Feuernation gefangen genommen und die Protagonisten mussten sich in Sicherheit bringen. Außerdem hat Zuko sich jetzt doch dazu entschieden, sich auf die Seite von Arng und seinem Onkel zu stellen und Arng zu helfen, das Feuerbändigen zu lernen. Sie lernten von den Feuerdrachen, das wahre Feuerbändigen, ohne Wut oder Gewalt. Am Tag von Sozins Komet kam es zum ultimativen Showdown, von Angesicht zu Angesicht, zwischen Arng und Feuerlord Ozai. Auch die anderen vom Team Avatar gaben alles, um die Welt endlich von der Unterdrückung der Feuernation zu befreien. Und Arng gelang es schließlich im ultimativen Avatar-Zustand, in dem er alle vier Elemente miteinander verbunden hat und wie so eine Art Super Saiyan wirkt, den Feuerlord Ozai endgültig zu besiegen. Er entschied sich dazu, ihn nicht zu töten, so wie es sich für einen Luftnomaden gehört. Er nahm ihm lediglich seine Feuerbändigungskräfte. Der hundertjährige Krieg war endlich beendet. Ozai wurde in einen Kerker gesperrt und Zuko wurde zum neuen Feuerlord gekrönt. Zusammen mit Arng versprach er dem Volk, dass sie den Frieden in den nächsten Jahren wieder komplett herstellen werden und dass es keinen Krieg mehr zwischen den vier Elementen geben wird. Zuko wurde in der letzten Staffel nochmal richtig sympathisch und ist auch dem Team Avatar beigetreten, nachdem er Arng in den letzten zwei Staffeln bis zum Tod gejagt hat und sowas. Und ich bin froh, dass er sich doch für die richtige Seite entschieden hat. Und dann ging es eben in Richtung Finale. Zuerst mal mit diesem ersten Ansturm auf die Feuernation, der nicht so erfolgreich war und der, wie ich finde, auch ein bisschen zu schnell kam. Aber es war irgendwie ziemlich schwammig durchplant von den ganzen Leuten. Und davon auszugehen, dass Arng zu 100% auf den Feuerlord treffen wird, das war auch so ein bisschen blauäugig von den Leuten. Und dann hat ja jeder bis auf Toff ein kleines Abenteuer mit Zuko erlebt. Also Sokka hat seinen Dad befreit, Katara hat den Mörder ihrer Mutter gefunden und hat ihn verschont. Denn die Message sollte ja sein, dass Blutrache immer dämlich ist, egal was die andere Person getan hat. Denn Feuer mit Feuer zu bekämpfen, das macht dich nicht zu einem besseren Menschen oder sowas. Dann gab es noch das Abenteuer mit Arng und Zuko, als sie diese Feuerdrachen gefunden haben. Und die Folge habe ich mal richtig cool gefunden. Generell finde ich das Duo Arng und Zuko super satisfying. Sie harmonieren super gut zusammen. Und ich mag die beiden sehr, wenn sie zusammen Interaktion haben. Und auch wenn Arng Zuko lobt und sowas, das sind immer schöne Szenen mit den beiden. Das Shipping von Arng und Katara wurde auch nochmal ein bisschen erwähnt. Es ging darum, ob Arng und Katara jetzt wirklich am Ende zusammenkommen werden oder nicht. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie nicht zusammenkommen werden, weil ich finde, dass dieses Paar absolut nicht passt. Oder ich hätte locker 3-4 Leute aus der Serie aufzählen können, die besser zu Katara gepasst hätten als Arng. Also ich finde, sie wären als Freunde besser aus der Serie rausgegangen, als so wie sie es dann beendet haben. Aber kommen wir endlich zum Finale. Ich will das Video einigermaßen kompakt cutten, damit ich nicht hier ein 1-Stunden-Video rausballern muss. Also, was war denn jetzt los? Was war denn jetzt mit dem Finale? Da gab es halt wieder dieses Neu-Aufbauen und neue Pläne schmieden und sowas, was aber irgendwie ziemlich ziellos verlief. Und es war auch komplett out of character, dass einfach in einer der letzten Folgen Sokka, Katara und Toph und Arng so tun, als wäre gar nichts los, als könnten sie einfach hier entspannt Strandpartys und sowas machen. Und auch Suki hätte ich irgendwie erwartet, dass sie viel mehr in die Rettung ihrer Freundinnen steckt, als am Chillen am Strand. Also ich kann Sukos Reaktion darauf komplett nachvollziehen, dass der Arng da erstmal einen reingebrutzelt hat. So, was ist denn los mit denen? Ihre Freunde wurden gefangen genommen, was machen die, die bauen fucking Strandfiguren? Und ich will es gar nicht allzu spannend machen, ich fand den Kampf von Arng und Ozai ein bisschen zu vorhersehbar und ein bisschen zu fast schon langweilig. Es war irgendwie zu unspektakulär, wie er dann die vier Elemente vereint und einfach die ganze Zeit auf ihn eintrescht und sowas ohne Gegenwehr und so. Und es war generell ein bisschen lame für ein Finale einer so doch epischen Serie und ich hätte doch ein bisschen mehr nochmal Gefahr erwartet von Ozais Richtung und sowas. Moin! Hier ist nochmal der Kommentator Sebio und ich muss nochmal meine Aussage korrigieren. Also das Finale hätte natürlich schon nochmal ein bisschen heftiger sein können und es hätte nochmal länger sein können. Aber so gesehen hat das Finale eigentlich alles richtig gemacht, weil Arng hat nochmal seine ganzen Fähigkeiten, die er über die Serie gelernt hat, eingesetzt. Auf eine sehr kreative Art und Weise. Ozai hat ihm ja doch nochmal relativ gut zugesetzt und wenn er nicht gerade gegen den Stein geknallt wäre, hätte es schon nochmal anders enden können. Deswegen finde ich das Finale jetzt auch im Nachhinein betrachtet doch ziemlich episch und ziemlich gut aufgebaut. Meine Lieblings-Plotline, das war Katara und Zuko vs. Azula, weil das für mich auch der epischste Kampf dieses Finales war sozusagen. Wie das Wasser hier eingebunden wurde, war einfach 10 von 10, dass sie eben das Wasser zum Teil flüssig und zum Teil gefroren gemacht hat. Das hat man in der Serie so noch nicht gesehen und das war super kreativ. Das war wirklich ein episches Finale und am Ende zu sehen, wie Azula wutentbrannt, da ihre Flammen rumfeuert und sowas. Ich hab's geliebt, es war wunderschön. Das hat mich glücklich gemacht, zu sehen, wie sie leidet. Damit bin ich mit Avatar Herr der Elemente durch und ich finde es wirklich eine sehr coole Serie. Es hat mir Spaß gemacht, über die ganzen Folgen hinweg diese Geschichte mitzuverfolgen, wie Aang die vier Elemente erlernt und wie sich auch die anderen Charaktere weiterentwickeln. Katara wird von einer Nichtskönnerin zu einer der besten Bändigerinnen aller Zeiten. Zuko hat sich für das Gute, für den Avatar entschieden. Es gab einfach super viele gute Charakterentwicklungen. Das Storywriting war an vielen Stellen genial, vor allem in Staffel 2 war es für mich on top. Die Serie war voll mit epischen Momenten, wo ich wirklich zum Teil gezittert hab. Ich hab auch die Serie jetzt in eineinhalb Wochen durchgeballert. Ähm, eigentlich alles, was ich von einem epischen Cartoon erwarte. Ich kann's auch irgendwie gar nicht so leicht in Worte fassen, wie man das vielleicht denkt. Ich find's generell schwierig, so viele Emotionen in Worte zu verpacken, aber ich hoffe, ich hab das hier mit dieser Review einigermaßen geschafft. Die Real-Life-Serie werde ich mir auch mal anschauen, vielleicht auch mal drüber reden. Alles offen. Aber ich denke, ich hab euch jetzt genug zugetextet. Danke, dass ihr euch dieses Video bis hierhin gegeben habt. Ich entlasse euch jetzt. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.